Oh, ich hab ne Idee. Ja, 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 genau, ne, ha, so. Der Junge frebt sich ja selbst. Digga, alles. Oh, oh, oh. Alter, Felix. Jetzt kommt dein Vater rein. War ich so. Ähm, are you winning, son, Felix? Auf der Suche nach dem... EIN MANN! Ich dachte, das ist der Perfekt. EIN MANN, auf einmal vom Winter! Ähm, machen wir jetzt irgendwas vorher? Yoshi, was machst du gerade? Ich editiere. Die Notenballer. Was, was für die Yoshi? Ich editiere. Abgelehnt. Fortnite. Ich spiele Fortnite. Abgelehnt. Rafa, was machst du gerade? Nee. Rafa. Ach ja. Das war's gemacht. Oh einer der 25. Oh! Ich hab n' Ro... Schwede, das mit mir. учll Faste, mein filmmaker Komplikized Gehen wir um dein Telefon. Ja, mach! Immer ohnehin gehen, wenn du aufsandern hüriern bist. AAAAAA! AAAAAA!!! AAAAAAAH! 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 Wer soll mal dran gehen? Hast du denn welche Probleme? Rckstoll! H .. u 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 CAPTUNK alright ...einen Block ist in deiner Nase für mein Benetutive! Hey,... Hallo, ich bin jetzt auf deinem Anrufbeantrea und ich ritt das einfach ganz lange drauf Hallo? Hallo? Oh mein Gott! Serio? Habt ihr ne angstige Behinderung? Geht's doch nicht mehr gut! Wenn ihr euch mal werdet? Ich dresche euch hier. Rafa, du sollst mal bitte deinen Anrufband vordern schenken. Hilf doch keinen. Also wenn du hast du bei uns zuhause angerufen. Hallo? Hallo ist jemand da? Ich hab seine Mutter in Orange gefickt. Hallo? Resur ich dir ganz ehrlich. Wie digger? Resur ich dir ganz ehrlich. Gehen gerettet. Ich hab keinen. Du ich hast so einen, jeder hat einen. Ich hab keinen. Nein, ich hab keinen. Ich hab keinen. Nicht keinen. Oh, ich hab keinen. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Soll ich das kurz aus meinem Mund rausdrehen? Das ist so traurig Where is Bauwesen? Ich glaube nicht Alter, meine Eltern, geh mal an deine scheiß Fresse Hält die Scheiße! Hält die Scheiße! Was macht die Scheiße bei dir eigentlich? Was ist denn das Problem eigentlich? Nichts im Dagi? Das wird dir Arme im Leben Die ganze Zeit Hält die Scheiße! Hält die Scheiße! Hält die Scheiße! Was ist mit dir los, du Pinguin? Arrolo kann man ihn nehmen Du kann los, Alter! Du Dreckst Oter Du Dreckst Oter Und Dreckwasserschmöße Und Dreckwasserschmöße Alter was kannst du ... Alter was kannst du eigentlich auch so brrrr bubbles Spuck doch gleich in dein Headset! Man hat schon das Wettbewerb! NANDO! Oh oh, Tornado is coming! Alter, ich kann nicht mehr! Ja, Tornado, ja! Wir kommen bei der Wettervorraue-Auswünsch, den, äh, Kockenhagen! Kockenhagen? Kockenhagen! Heute wird's sehr stürmig! 13 Pinguine greifen uns an! Einer von da- Davon ist uns! Pinguineangreif! Laktoseintoleranter Unensum! Ich bin leise! Also, meine letzten Worte! Ich mach leise! Meine letzten Worte an euch! Vergisst nie! Nein, Mama! Nicht schlagen! Alter! Ey! Meine Mutter ist so ne Einarmut! Dann hab ich gesagt, warum sagst du deinen, äh, Freunden, dass ich, dass ich die schlagen würde bei der Aktion gerade, die Lukas gemacht hat? Aber hör doch an! Okay, warum jetzt das?! Beatbox, seit wann kann du einen Film Beatboxen? Der eine Beatbox, der andere hat sein Handy mit Mikrofon Ich guck gerade Formel 1 Tokio Siehst du? Und der andere hat erstmal einen Fall Leckenden Asthmaanfall Der schlägt doch sicher an der Zwiebel Der hat so eine rohe Zwiebel oder so ein Zwiebel, Alter Zitat Lukas 2021, 26.8 Der schlägt doch lecker an der Zwiebel, Alter Alter, Alter Alter Das erinnert mich an dieses I've said her Wo, wo, ähm, dieses, äh Diese Zwiebel Onions Onions Hallo? Oh Gott Alter, warte doch mal auf, Alter Oh mein Gott, das bleibt man hätte das kaputt, das piept die ganze Zeit rum Ja, das ist eine Bombe Ich verstehe gar nicht, weil ihr das vielleicht brauchen könnt, ja Der leckt die Bombe Der, der war beim Bomben im Fährungsdienst Der, der hat nicht nur gelernt, deiner Zwiebel zu lecken, selbst an meiner Bombe hat er es gelernt Und jetzt schlug der mich Mit die Bombe, mit die Bombe, mit die Bombe, mit die Bombe O,' doch Oh ja sie Schäden Dieser Oраз Ach�, Peter, nicht so romantisch Schäden Schät Schatt Schenk Schat Schacyj Sch Heimdarsch, put the fish on me, fish on me, keep the fish in- Heboys Come, you gaan slap your knees Jetzt, du head rein Ich geb dir den bied Auf geht den bied, okay, los! Klaueh! 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 Wenn ich jetzt hier irgendwie die BIEP verstehe? Nein! Du es nicht! Ich verstehe dich dann rein! Ich jöle BIEP 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 Wenn ich das mache Alter, irgendwann reißt ja auch einmal! Aber irgendwann reicht es ja auch einmal! Klaueh! Klaueh! Jetzt! Jetzt! Jetzt geht es los! Ganz herzlich willkommen! Junge, hier ist die Tagesschau, du Ruhl und so! Verpiss dich mal! Ihr müsst Lernen machen! Ihr müsst lernen leben! Ey, Raphael, mach mal ein Number 12! Oh! Okay! Klaueh! Das ist mal verstehe ich aber ein NICHT! Ich hab hier zwei Kiwis und wenn du nicht sofort die Fresse hältst, wirst du beide auf einmal lecken! Leckst du! Leckst du! Die sind sehr beharrt, also halt die Schnauze! Leckst du! Du willst hier lecken! Leckst du! Leckst du! Alter, wie lange willst du noch warten mit dem Video? Mach jetzt! Leckst du! 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 ihm NANDOMO 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 Irgendwann mal muss ich doch die Stimme wehnen NANDOMO BIST DU N VALROSS SAG JETZ KANZ Ehrlich BIST DU N VALROSS AAH Ok ich hab aufgehört Alles klar